Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Try-On Fashion Haul für dich. Und zwar geht es hauptsächlich, nein eigentlich geht es nur um Fair Fashion. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Im Prinzip habt ihr mich selber darauf gebracht, denn die Kommentare unter meinem Shein Video und die Reaktion darauf waren interessant, um das mal so zu sagen. Denn sie haben mich auch ein großes Stück zum Denken angeregt. Und zwar habe ich mich dann einfach mal im Internet auf die Suche begeben nach Fair Fashion. Bin zuallererst auf Homepages gestoßen, die in der Google-Suche sehr weit oben angezeigt wurden. Das war mir einfach zu teuer. Also ich gebe keine 300 Euro für ein normales Sommerkleid aus, muss ich gestehen. Ja, und ich habe mir auch irgendwie so gedacht, als ich so durch diese ganzen Online-Jobs so durchgescrollt bin, hm, farbtechnisch ist da aber noch einiges möglich. Ich kann nicht sagen, ob das auch wirklich Fair Fashion ist. Ich kann da nur den Herstellern vertrauen, dass sie es draufschreiben, dass sie es entsprechend deklarieren. Könnt mir auch gerne eure Lieblings-Fair Fashion-Marken unten in die Kommentare schreiben. Natürlich ist der Gedanke hinter Fair Fashion ja auch der, dass du eben nicht einen so großen Kleiderschrank, eine so große Auswahl und so weiter besitzt. Alles ist hier selbst bezahlt. Es ist keine Kooperation oder sonst irgendwas. Ich habe es wirklich aus eigener Tasche und rein aus Eigeninteresse bestellt. Und ich bin auch gespannt, wie ihr die Teile so findet. Ich habe das Ganze jetzt halbwegs alphabetisch geordnet. Jo, deswegen starten wir mit dem ersten Haul, mit der ersten Marke. Ich finde, dass es sehr auffällig ist, das habe ich eben ja schon gesagt, dass die Farben halt auch eher gedeckter sind, weil man sich halt darauf ausrichtet, dass man quasi langfristige Mode anbieten möchte, die jetzt nicht saisonal sind, beziehungsweise nicht nach Hype sind, auch von der Farbe her. Hier habe ich in einem schönen Olivgrün von Jessica, das ist von C&A, Dresses ein Kleid. Und das hat gekostet 19,99 Euro. Hier steht drauf Bio-Cotton, also Bio-Baumwolle. Man konnte auch in die Suchleiste einfach mal fair eingeben. Da kam einiges tatsächlich. Und das hier ist vom Stoff her, das muss ich auch dazu sagen, alle Teile, die ich hier habe, haben sich super schön vom Stoff her schon direkt angefühlt, als ich sie eben aufgehangen habe. Und das hat so Puff-Ärmelchen, das ist dann quasi für so ein Übergangs-Look, sage ich mal, Übergangskleid für Frühling oder für Herbst eine ganz gute Kiste. Und da schlüpfe ich doch mal rein. So sieht das Kleid schon sehr sackig aus, finde ich. Also das würde ich jetzt so alleine nicht unbedingt tragen. Ich würde dazu ein Gürtel kombinieren. Da habe ich mir mal irgendwann von Bonprix, müsste das sein, in der Größe M, einfach so ein Teilchen-Gürtel mal bestellt. Und den packe ich mal drumherum. Irgendwas hat dieses Kleid natürlich, aber ich weiß nicht, ob es die Farbe unbedingt meine Farbe ist. Natürlich, sie spiegelt sich in meinen Augen wieder. Und eigentlich ist es auch ganz schön, mit so einer Kette vielleicht dann auch kombiniert, kann das eine schöne Kiste werden. Vielleicht dazu auch noch hohe Schuhe anziehen, um das Ganze etwas zu strecken. Das heißt, also behalten wir dich die Teile so oder so. Das hatte ich eben schon entschieden. Genau. So sitzt das eigentlich ganz gut. Aber ich frage mal meinen Freund dazu, was er meint, weil er hat schon einen sehr, sehr guten Geschmack, was so Mode angeht. Und er weiß halt auch echt, was mir steht. Tatsächlich gab es dann zwei Minus. Finde ich cool. Er sagte auch, ich sehe ein bisschen blass mit der Farbe aus, aber ich werde ja noch irgendwann brauner. Sehen wir, bei dem nächsten müsste ich, glaube ich, eine Hose anziehen. Und das war dein Footy. Dein Footy. Ja, ich habe total... Oh, was ist mir los? Ja, meine Shoppingauswahl hat sich hier scheinbar auf Oberteile konzentriert und auf Kleider. Denn die einzige Hose, die ich gleich von C&A haben, wäre das eine Schlaferzughose. Ja, also das ist großartig. Es ist jetzt einfach eine grau-melierte Schlaferzughose, die sich super weich anfühlt, die Taschen hat und die echt durchsichtig ist. Das hier, Wear the Chain, steht hier drauf. FSC Mix. Scanne den QR-Code oder besuche unsere C&A-Website und lerne mehr über unser Engagement im Bereich Nachhaltigkeit. Okay, also das scheint auch irgendwas Nachhaltiges zu sein. Hier ist auch noch so ein nachhaltig Viech in grün. Hergestellt mit 95% Viskose aus zertifizierten Holztquellen. Okay, also das ist dann wahrscheinlich der Green-Faktor dabei. Also die werde ich jetzt die ganze Zeit erstmal drunter tragen, weil, ne, ich muss ja irgendwas unten drum anhaben, sonst bin ich hier ja halbnackt. Das wäre ja nicht gut. Und dann habe ich jetzt als erstes Oberteil hier dieses, ja, hübsche Top. Das ist so ein, ich weiß nicht, alt-rosa-lachsfarbenes Top. Und das ist auch wieder aus diesem Bio-Baumwollgedönsen. Kostet 4,50 Euro. Und diese Schlaferzughose kostet 14,99 Euro. Das schaut schon mal ganz gut aus, finde ich, ne? Also das Top sitzt echt klasse. Mag ich gerne leiden. Fühlt sich schön auf der Haut an. Ist auch schön lang. Ich mag das einfach nicht im Alltag, wenn ich diese zu kurzen Tops trage ab. Und dann trage ich die schon, aber halt so zur Arbeit oder so könnte ich es jetzt nicht unbedingt machen. Diese Schlaferzughose sitzt wie eine zweite Haut im Prinzip. Also sehr, sehr locker, ne? Sehr entspannt. Genau. Und ich könnte es theoretisch auch so zusammen zum Schlafen tragen. Aber das ist sehr schön verarbeitet, ne? Das sitzt, also das ist echt schön. Das ist so eine schöne, etwas dickere Naht. Mag ich gerne leiden. Und ja, doch. Also definitiv auch eine schöne Farbe. Für mich. Top. Ja, und die Hose ist jetzt von hinten wahrscheinlich ein bisschen durchsichtig, ne? Können wir nicht abstreiten. Aber immerhin lang genug. Also das hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Und die hat hier Blumies an dem Band. Aber mit den Tops schon, ja? Nein. Ja, ist okay. Ist solide, ne? Ist halt, äh, ist halt auch seine Jogginghose, ne? Und ja, ist halt ein Top, ne? Yay. Hier habe ich auch, äh, ein T-Shirt einfach. Das ist mit so Blumies drauf. Auch das passt tatsächlich Muster- und farblich mäßig zu diesem Schleifchen. Finde ich ja scharf. Ähm, das T-Shirt hat gekostet 4,50 Euro und ist auch, wie ich glaube bislang alles hier, in der Größe M. Auch hier haben wir wieder eine Bio-Baumwoll-Geschichte. Und es sitzt wieder total klasse. Also das mag ich auch gerne leiden, so von, von dem, von der Passform her, ne? Ja, ich fühle mich hier gerade echt, als würde ich so einen Schlafanzug-Hall bei euch machen. Aber würde ich hier eine andere Hose zu anziehen, einen Rock oder sonst irgendwas, ne? Wäre das halt schon eine ganz normal ausgangsausgeh-taugliche Geschichte, ne? Also, ähm, ja. Genau. Also es ist, weiß ich nicht, es ist durchsichtig. Würde ich jetzt so halbwegs sagen, ja. Aber man, ne, ich habe halt einen BH drunter, der extra für solche Sachen gemacht ist. Ist kein Push-Up oder so. Hey. Genau. Und so schaut das T-Shirt aus. Ich finde den Ausschnitt auch ganz schön, weil er nicht so extrem hochgeschlossen ist, aber auch nicht zu tief. Das heißt, es ist ein schönes Alltagst-T-Shirt. Mag ich gerne leiden. Auch ein Topf von meinem Freund. Blummi sind okay, sagt ihr. Hier haben wir ganz offensichtlich in der Größe M ein Oberteil. Das ist ein Langarmshirt. Da kann ich jetzt aber den Klebe ja auch direkt mal von abnehmen. Genau. Und das ist auch Designed to be Recycled. Das finde ich super interessant. Also das ist halt auch wirklich, ne, dass man das recyceln kann. Finde ich sehr, muss man sich mal irgendwie genauer einlesen. Habe ich nicht gemacht, ne. Genau. Was ist das? Certified Cradle to Cradle Gold. Also, dass man das wahrscheinlich einfach recyceln kann. Keine Ahnung. Was steht hier drin? C&A ist nachhaltigste Kollektion. Biologisch, verantwortungsvoll, umweltbewusst, zertifiziert mit Gold. Okay. Scheint irgendwie super toll zu sein. Und das hat gekostet 12,99 Euro. Ist so ein Dreiviertel-Ärmel-Vieh. Und hat hier auch ganz lockere Ärmel, was ich schön finde. Und das ist hier auch so ein bisschen geriffelter. Genau. Und halt so eine Streifenoptik oder so. Ich weiß nicht. Ich schlüpfe da mal rein. Ich mag auf jeden Fall dieses Royal Blau total gerne. Also das Shirt finde ich schön. Kann man nichts anderes zu sagen, ne. Das ist, es ist so leicht und fluffig. Der Stoff fühlt sich toll auf der Haut an. Ich mag die Länge total gerne. Ich würde das aber definitiv mit einer sehr engen Hose oder mit etwas engerem unten drunter halt kombinieren. Und dazu halt irgendwie eine Leder-Leggings, also eine Fake-Leder-Leggings oder sowas. Das würde ich definitiv dann so kombinieren. Aber die Länge, guckt euch das mal an. Das ist der Wahnsinn, ne. Also richtig schön lang. Mag ich gerne leiden. Ich mag die Farbe auch total, weil die steht mir. Also das ist so eine kompetente Blaufarbe. Mein Freund sagt, es sieht aus wie ein Schlafanzug-Oberteil. Bei C&A gibt es auch tatsächlich diese Jessica-Geschichte. Jessica, ich weiß gar nicht, soll das eher so ins sportliche, jugendliche reingehen? Das weiß ich ehrlich nicht. Hier habe ich so einen Langarm-Oberteil und das hat hier so Knöpfe unten dran. Und ich finde, dass diese Knöpfe auch jetzt nicht super billig aussehen. Also das sieht schon ordentlich aus. Mag ich. Und ja, es ist halt ganz normal so längs gestreift, quer, längs, waagerecht. Und auch hier haben wir wieder diese Bio-Baumwoll-Geschichte. 14,99 Euro kostet das. Und Wear the Change. Das ist hier auch wieder die Geschichte mit dieser Nachhaltigkeit. Ne, ist nicht Bio-Baumwoll. Es ist dieses Wear the Change-Gedönsen. Da, wo du den QR-Code scannen kannst. Genau. Auch hier haben wir wieder ein Oberteil, was so schön lang ist. Also das mag ich so gerne. Also das gefällt mir tatsächlich an dieser Nachhaltigkeits-Fair-Fashion-Geschichte hier sehr gut. Weil ansonsten ist diese ganze Modelinie ja sehr auf dieses Kurze ausgelegt. Ne, und ich feiere das gerade, dass es so schön lang ist. Wobei ich halt auch sagen muss, bei C&A haben wir öfters mal, dass die Klamotten bei mir auch ordentlich lang sind. Und nicht so ultra kurz, ne. Weil die generell nicht so auf diese extremen Trends aussehen, was ich positiv finde. Auch das würde ich eher kombinieren mit einer Geschichte, die ein bisschen enger ist. Oder das halt in irgendwie eine Hose reinstecken oder in einen Rockgesundheit. Und ja, von der Farbe her grenzwertig. Aber kann man mal machen, ne. Das ist, ja, weil so Beige- und Kamelfarben-Töne mich halt ein bisschen blasser aussehen lassen. Aber mir gefällt der Schnitt. Ich würde es auch nicht unbedingt eine Nummer kleiner nehmen. Dadurch wäre das natürlich hier ein bisschen enger. Aber dadurch wäre das auch kürzer. Dadurch wäre das dann an den Armen länger. Was hier eigentlich kürzer, was hier perfekt ist tatsächlich von der Länge her. Mag ich gerne. Und irgendwie, ich mag wie luftig das sitzt. Das ist echt mein Ding. Das gefällt meinem Freund ganz gut. Das ist doch schön, ne. Und das fühlt sich halt auch so schön an. Also das mag ich tatsächlich echt gerne. Dieses Gefühl von diesen Sachen, ne. Ja, das ist top. Kommen wir jetzt mal zu H&M. Da habe ich tatsächlich auch eine Linie entdeckt, die auch diese Fair-Fashion-Gedünsen hatte. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Haben die hier Schildchen drin. Das ist die, ist das diese Conscious oder sowas. 65% Recycled Polyesters hier zum Beispiel mit drin. Und ja, das hier ist ein Schlafanzug. Ein Schlafanzug-Oberteil und ein Schlafanzug-Unterteil. Auch hier werde ich wieder im Schlafanzug rumlaufen. Ich weiß nicht, warum ich entweder komplett auf diese Schlafanzüge abgefahren bin und mir halt hauptsächlich Schlafanzüge geholt habe. Oder es nur halt Schlafanzüge gab. Keine Ahnung. Und dann habe ich, da kommen wir aber gleich zu, noch einen Top. Aber das gucken wir uns gleich mal an. Ja. Diese Schlafanzug-Kombi hat gekostet 24,99 Euro. Ja, äh, ja, äh, ja. Farbe und Schnitt. Irgendwie gruselig, aber halt total praktisch. Perfekt als Schlafanzug. So als Frühlings- oder halt als Übergangsschlafanzug. Jetzt halt total passend für mich. Ich habe hier lange Arme, dafür habe ich hier kurze Beine. Das finde ich eigentlich total klasse, aber ich finde, dass es furchtbar aussieht. Also das ist nicht hübsch. Definitiv nicht hübsch. Also das ist sowas von Liebestöter. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich das als Liebestöter, also Wahnsinn. Es ist, ja, schön lang, definitiv. Beinlänge passt. Hier die Länge passt. Es fühlt sich auch irgendwie angenehm an, aber man merkt schon irgendwie, dass es ein recyceltes Material ist. Ich finde, dass irgendwie, naja, sollte man nicht auf der Straße tragen. Das soll merkwürdig sein. Was soll das sein? Ein Schlafanzug. Werde das mir wusste. Okay, ja gut, das ist ein Top-Kommitter. Ja, also das ist halt, ne, ein Schlafanzug. Es ist okay, ne, wenn man die Arme hebt. Es ist halt ein bisschen kürzer, aber ich glaube, es wird angenehm zum Schlafen sein. Ja. Dann kommen wir jetzt mal zu besagtem Top, wo ich eben schon von gesprochen habe, was 6,99 Euro gekostet hat. Und das würde ich eher als Unterhemd oder Drunterziehhemd sehen, weil ich die Farbe jetzt nicht so ultimativ krass finde. Aber ich ziehe es mal an und gucke, wie es von der Passform hier aussieht. Ja, safe, ne. Einfach so ein Drunterziehtop. Das ist jetzt einfach irgendwie, ja, ne. Wenn ich irgendwie einen BH anhabe, der vielleicht ein bisschen spitze hat oder der ein bisschen auffälliger hat und ich einfach etwas drunter ziehen möchte, wo man halt was nicht sieht, dann ziehe ich das halt an. Aber ansonsten sieht es doch sehr, ja, nudig aus. Aber Passform, mega geil. Schnitt, gefällt mir richtig gut. Ich mag das, ne. Also das hat auch einen schönen Ausschnitt. Das ist auch super schön verarbeitet. Und, ja, definitiv, ne. Also ein nices Top kannst du so unter einer weißen Bluse zum Beispiel anziehen. Also so businessmäßig. Aber jetzt so auch kombiniert zu dieser Schlafanzughose. Das ist ja echt gruselig. Aber Leute, das war es jetzt mit Schlafanzügen. Jetzt kommen ein bisschen mehr Fashion-Teile hier. Denn auch dieses Kleid habe ich bei H&M geshoppt. Und das hat ganze 49,99 Euro gekostet. Ich finde die Farbe, ja, kann man machen. Ich muss echt schauen, ob mir das steht. Aber ich denke schon. Das ist so vom Stoff her so ein bisschen wie so ein richtiges Abendkleid. Aber doch irgendwie nicht. Weil das nicht so glänzend ist oder so, ne. Also ich glaube, ein richtig schönes Sommerkleidchen. Muss ich mal gucken. Das ist schön lang. Also das stelle ich mir auch gut vor. Wenn ich wirklich mal ein bisschen schicker aussehen möchte im Büro oder sowas. Genau. Also wie gesagt, auch von H&M finde ich krass. Größe 38, 49,99 Euro. Und hier haben wir dieses Shell 87% Lycocell Obermaterial. Keine Ahnung, was das bedeutet. Irgendwas haben die sich dabei gedacht. Aber es war auf jeden Fall in dieser Nachhaltigkeitsrange von H&M. Gar nicht so einfach, sich das zurecht zu schnüren. Ich habe jetzt auch mein BH einfach mal ausgezogen. Weil, ja, man ihn halt hier gesehen hat und hier gesehen hat. Und vor allem, man hat ihn auch hinten gesehen. Denn das ist so ein Kleid, was auch so ein Stückchen rückenfrei ist. Das heißt, ein Stückchen ist ziemlich rückenfrei. Aber ich finde es irgendwie, irgendwie geil. Also es ist so Walle Walle, aber irgendwie auch nicht. Es hat so was von Freizeit. So ein bisschen diesen Boho Style, den ich so sehr liebe. Und halt auch irgendwie gleichzeitig was Elegantes. Also das ist so, ne, das hier finde ich so aufregend. Also als ich das da online gesehen habe bei dem Model, habe ich gedacht, oh je, ob mir das steht. Weil ich habe ja so einen gepunkteten Rücken von meiner Mutter malen. Aber doch, doch, das geht. Definitiv, ne. Und man sollte halt das tragen, worin man sich wohl fühlt. Und auch wenn ich, dadurch, dass ich kein BH jetzt anhabe, Leute. Wir sind ja unter uns. Hier das Gefühl habe, als wäre ich nackt. Fühlt sich das toll an. Und auch der Stoff wird wahrscheinlich im Sommer auch klasse sein. Wir haben hier so eingesetzte Viecher für die Beine. Das ist halt wirklich richtig, ich kann euch das zeigen, ohne dass ich mich jetzt komplett ausziehe. Genau, da sind so Dreiecke auch eingenäht. Damit das eben auch unten so ein bisschen besser fällt. Und das finde ich voll schön. Also das Kleid finde ich mega. Und ich bin gespannt, was mein Freund dazu sagt. Also mein Freund hat mir empfohlen, das nicht zur Arbeit anzuziehen, wegen des Rückenausschnitts. Aber ansonsten ein schönes Kleid. Definitiv. Also so ein Freizeitkleid zu etwas schöneren Anlässen, sagte er. Also keine Ahnung, wenn ich vielleicht mal mit ihm zusammen essen gehe oder so. Nüssemi? Bist ihr dann auch dabei? Wahrscheinlich nicht. Ja, aber ich fühle mich super wohl da drin. Also ich mag die Farbe halt auch super gerne. Und die Träger sind halt super variabel. Super, super. Weil das alles hier zusammenhängt. Also die Enden quasi in diesen Schnüren, die hier so durchgehen. Das heißt, dieses Band gehört dazu und das Band. Das heißt, man kann sich das alles enger machen. Und das sitzt wie eine Eins. Das ist Größe 38 bei mir, ne? Sitzt echt perfekt. Und man kann ja noch ein paar Steaks mit essen. Genau. Das hier dürfte das wohl teuerste Kleidungsstück in meinem Haul sein. Das ist von der Marke Hess Natur. Die haben auch sehr basicke, basicke, sagt man das so, sehr standardmäßige Schnitte und Muster und Farben gehabt. Und das hier ist mir halt schon in die Augen, ins Auge gestochen. Ich halte es ein bisschen weiter weg. Ihr seht es gleich eher angezogen. Aber trotzdem, 54,95 hat das gekostet. Mit einem Newsletter konnte man das ein bisschen günstiger bekommen. Aber ich fand es einfach sehr schön, weil ich mag gerne diese Dreiviertelärmelkleider fürs Büro. Gerne, gerne, gerne. Und das ist auch vom Stoff her ein bisschen dicker. Und Hess Natur ist wohl komplett so eine Fair Fashion Brand. Und ja, deswegen wollte ich da mal ein bisschen was ausprobieren und beginne mit diesem Kleid. Angezogen sieht das dann so aus. Ich persönlich würde es aber auch wiederum mit einem Gürtel kombinieren. Ich glaube, ich nehme da auch wieder den weißen, den ich eben schon genommen hatte. Ja, besser. Definitiv besser. Weil das hier noch so ein bisschen Figur reinbringt. Das mag ich. Ich mag die Länge, die ist halt bei mir fast knielang. Also ein bisschen drüber. Ja, also quasi höher. Das heißt für mich definitiv ein Kleid, das ich super easy auf der Arbeit tragen kann. Das sitzt gut. Ich hätte erst befürchtet, dass es mir zu weit sitzt, weil das doch im Bügel irgendwie recht groß aussah. Aber jetzt durch den Gürtel kann man so viel retten. Das ist echt Wahnsinn. Und mir persönlich gefällt das richtig, 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 richtig gut. Es fühlt sich toll auf der Haut an. Es hat Taschen. Es hat Taschen. Ich habe es gerade gefühlt. Wie geil. Ich habe hier einfach Taschen. Okay, das macht es natürlich noch besser. Es fällt gut. Ich glaube, das ist kein Kleid, was ich groß bügeln muss. Ich würde fast sagen, bislang das Teil, was mir am besten gefällt tatsächlich. Es ist auch das Teuerste. Ja gut. Aber ich mag das. Ich mag auch dieses, also florale Muster sind immer ein bisschen schwierig, aber dadurch, dass es halt auch so geschnitten ist, sprich, dass es hier, man sieht hier diese Schlüsselbeine, das macht das Ganze dann auch ein bisschen aufgelockerter. Und mit dem Gürtel wirkt es definitiv geil. Und ich finde es, also nicht geil, sondern toll. Und ich mag das auch, wenn die Ärmel halt nicht zu eng sind, weil ich habe halt Oberarme. Ich habe, ne, ich bewege mich halt in meinem Leben. Und ja, doch, mag ich gerne. Ich sehe es jetzt nur über das Kameradisplay, beziehungsweise über den Schminkspiegel. Und ich muss mir das gleich auch nochmal im großen Spiegel angucken. Ich bin gespannt, was mein Freund dazu sagt, weil als ich das Paket ausgepackt hatte von Hesnatur, hatte er gesagt, oje, oje, schwieriges Muster. Ja, findet er auch richtig schön, ne? Also da sind wir uns einer Meinung. Definitiv mag ich leiden. Jetzt komme ich noch zu drei verschiedenen Marken, die müsste es, glaube ich, bei Amazon auch zu kaufen geben. Das hier ist einmal, ach so, der Gürtel gehört da eigentlich nicht zu, dem wollte ich gleich drum machen, von der Marke Thok Thok, also Klopf Klopf, ne? Das ist auch eine Fair Fashion Brand. So ein ganz klassisches mintgrünes Kleid habe ich für 49,90 Euro auf Amazon gekauft, genau. Und die haben Fair Trade Cotton, Organic und bla bla bla. Also sind auch eine sehr, ne, tolle Marke wohl. Und ja, das sieht auch nach einem schönen Kleid aus. Hat das auch Taschen? Es hat einfach auch Taschen. Das ist so geil. Ich liebe Taschen an Kleidern, Leute. Wer auch? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Eigentlich braucht man dazu keinen separaten Gürtel, ne? Oh, diese Taschen, guck mal, wie tief die auch gehen, ne? Ich feiere das hart, ne? Weil das hier ja diesen Gummizug hat und der sitzt echt eng. Also das sieht schon schön aus. Hat ein bisschen was von griechischem oder römischem Markt, würde ich das mal so nennen. Vom Stil hier, vom Stil hier des Kleides. Aber ich finde diese Farbe so toll. Das ist jetzt nicht dieses leuchtende Türkis, mintgrün, was ich sonst auch gerne trage. Es ist halt ein bisschen gedeckter. Kommt jetzt in der Kamera. Doch, jetzt kommt es ganz gut raus, ne? Also, so mit einer schönen, groben Kette. Das ist halt auch wieder mein Style, mein Boho-Style, was ich halt gerne mag. Das heißt, mit den Kleidungsstücken bewege ich mich hier schon vom Schnitt her in meiner Komfortzone. Ich guck mal, wie das aussieht, wenn ich jetzt mal so einen Gürtel drum mache. Den habe ich vor Ewigkeiten mal irgendwo bei einem Rock mit dabei gehabt. Ich habe keine Ahnung, von welcher Marke das ist. Ob das Only war oder so. Keine Ahnung. Den habe ich seit ich, also schon länger als wie ich, als wie, oh Gott, als dass ich mit meinem Freund zusammen bin. Also, den habe ich schon 16 Jahre oder so, ne? Also, das sieht auch gut aus. Hat auf jeden Fall was. Mag ich. Und dann schön so, keine Ahnung, Römer-Sandalen oder ganz entspannt, ne? Und dann kannst du shoppen gehen. Kannst auch mit zur Arbeit gehen. Kannst auch mit Grillen bei den Nachbarn gehen oder bei den Freunden oder Familie oder so. Finde ich schön. Definitiv. Ja, sagt mein Freund, ist halt ein Kleid, ne? Jo, ist halt ein Kleid. Immerhin hat er es als solches erkannt. Schön. Nein, ich mag es auch. Also, das ist definitiv auch eine Sache, die ich mag. Ist ein bisschen hochpreisig, ne? Das muss ich halt mal in Relation dazu sagen. Aber wir kommen ja nachher noch zu meinem Fazit. Genau. So, zwei habe ich noch und die nehme ich jetzt hier mal mit. Das sind aber zwei verschiedene Marken. Auch die kann man beide bei Amazon bestellen. Habe ich bei Amazon nämlich auch bestellt. Da habe ich einmal von Early Bird. Nein, Fellherz. Genau. Fair und Organic und Vegan steht hier schon direkt drauf. Und das hat gekostet. Habe ich mir nicht drauf geschrieben. Blende ich euch mal ein. Weil hier fehlt der Preis. Das steht normalerweise drauf. Ich glaube, das hat 25 Euro gekostet. Das halt für ein T-Shirt ist schon mal eine Sache für sich, ne? Aber gut, ja. Es ist ein schönes Weinrot. Ich mag auch das Motiv da drauf. Es fühlt sich wertig an. Und das ziehe ich gleich auch mal an. Und dann da drunter, ja, habe ich mir noch eine Chillhose geholt. Ich weiß auch nicht. Irgendwie als ich shoppen war, war ich eher chillig eingestellt, Leute. Lockdown, Homeoffice und so weiter und so fort. Das ist jetzt von der Marke True North, ne? Von Amazon 3995 für so eine Hose. Ist auch wieder eine Hausnummer, Leute, ne? Größe M. Und hier steht, ach so, dieses Tencel Lyco Cell ist das, ne? Tencel ist a branded Lyco Cell Fiber that comes from the pulp of trees, bla bla bla. Also halt auch was sehr Organisches. Und das ist halt eine Chillhose. Also das ist echt so ein Outfit, ne, was so ein typisches Sonntags-Chill-Outfit für mich darstellt. Also, ja, ich habe jetzt eben meine Haare mal aufgemacht, weil die durch das ganze An- und Ausziehen doch etwas verwuschelt waren. Ich persönlich stehe ja auf solche Haare im Hosen, ne? Ich weiß, dass mein Freund die jetzt nicht so ultramäßig feiert wie ich. Also ich finde die Farbe gut. Das ist so ein schönes Petrol, ne? Petrol-Blau-Gedünsen. Von der Länge her ist es auch, ne? Eine ganz entspannte Geschichte. Hat hier unten halt Gummizug. Das mag nicht jeder. Und hat halt Taschen, ne? Das feiere ich. Solche Haaremshosen, wenn die halt so einen Stoff haben, die machen halt einen Hintern, ne? Also ich persönlich mag das. Deswegen kann ich auch nicht nachvollziehen, warum mein Freund das nicht mag. Wahrscheinlich, weil die halt echt bollerig aussehen. Der Stoff ist so angenehm. Erinnert aber halt echt an Schlafanzug, ne? Ich weiß nicht. Wenn man ganz wild drauf ist, kann man das halt mit Flip-Flops, Haare im Sandalen oder sonst irgendwas so tragen und dann damit einkaufen gehen. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass ich das auch zum Spazierengehen mit Sammy oder sowas anziehen werde. Aber zur Arbeit würde ich das nicht anziehen. Bin ich ehrlich. Das T-Shirt finde ich richtig schön. Ich mag die Farbe. Ich mag den Schnitt. Ich mag das, ne? Hier oben ist es nämlich so ein bisschen weiter ausgeschnitten. Das finde ich ganz fancy. Das mag ich leiden. Ist auch recht zeitlos. Ich mag das Motiv da drauf. Das spiegelt auch so ein bisschen meinen Vibe, mein Innerstes wieder. Einfach so ein kleines Mädchen, was einfach mal an der Blume schaukelt. Finde ich total schön. Ja, ist auch nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu lang, nicht zu kurz. Finde ich auch perfekt. Aber es ist halt hochpreisig, ne? Genau. Ja, aber das wäre jetzt so mein Endoutfit. Und da frage ich mal meinen Freund, was er dazu sagt. Es passt aber eigentlich schon zusammen, ne? Witzigerweise fand ich das Outfit cool. Also das hat mich ein bisschen umgehauen, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, nice, wirklich. Übrigens hat er nach dem Rest des Haarums gefragt. Männer halt, ne? Und ja, diese Hose ist halt, die kannst du theoretisch, das liebe ich. Ich habe so eine Schlafanzughose oder hatte ich mal, die das auch konnte. Die kannst du so hochziehen, wenn du mal kalte Nieren hast, ne? Kann deine Mama dir nicht sagen, kriegst du eine Nierenbeckenentzündung, Kind? Denn die könnte man theoretisch so hochklappen, aber eigentlich, ne? Rollt man das so runter, dann hat man die halt so sitzen. Das ist eigentlich der Style. Aber no, das ist schon, es ist schon schön. Wir haben jetzt alle so ein paar Schnitte gesehen, wir haben verschiedene Marken gesehen. Natürlich, anhand dessen, dass H&M und C&A deutlich preisgünstiger sind, habe ich mir da ein paar mehr Sachen bestellt. Vor allem bei C&A, weil die echt eine große Auswahl hatten, was ich mega geil finde. Und ja, wir haben jetzt einiges gesehen. Zuallererst, Fair Fashion bedeutet nicht ausschließlich oder unbedingt, dass man nicht stylisch aussehen kann. Weil ich finde, die Farben, gerade von meinem Lieblingskleid, finde ich hammermäßig. Ich finde es cool. Ich finde es toll. Ich finde es schön, dass die halt auch richtig Fashion machen, aber halt doch irgendwie zeitlos. Es ist nichts, was irgendwie jetzt gerade so in ist, also diese ganzen baufreien Crop-Tops zum Beispiel oder so, sondern es sind wirklich Produkte, die ich sehr wahrscheinlich auch noch in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren tragen kann, sofern mein Körper auch so ist. Ich muss natürlich schauen, wie das auch von der Qualität her so ist. Was die Langlebigkeit der Produkte angeht, kann ich jetzt natürlich im Haul, im Fashion Try-On Haul, so nicht beantworten. Aber ich bin im ersten Moment schon mal positiv überrascht. Und das gestehe ich einfach. Wenn ich bei H&M und C&A geshoppt habe, habe ich nie geguckt, ob das Fair Fashion war. Jetzt werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr darauf achten. Und ich werde halt auch mal schauen, ob ich halt in diesen Fair Fashion Shops auch mal einen guten Deal finde. Weil das finde ich auch eine ganz gute Geschichte. Du hast ja ab und an auch mal ein Sale oder sowas. Und dass man da vielleicht einfach mal ein bisschen zuschlagen kann. Genau. Ansonsten finde ich es nach wie vor recht hochpreisig. Also wenn ich jetzt nach den rein Fair Fashion Brands gehe, also bin ich auch ehrlich. Aber andererseits muss man auch sagen, dass die Mode an sich, wenn man auch normal Mode kauft, auch nicht unbedingt super günstig ist. Es sei denn, man kauft Fair Fashion. So wie ich das halt auch ab und an, nein, sehr häufig, auch gemacht habe. Und machen werde wahrscheinlich auch nach wie vor. Aber trotzdem werde ich versuchen, diesen Gedanken, den ich jetzt halt habe, auch weiter in meine Zukunft mit reinzunehmen. Dass ich halt mal ein bisschen breiter halt mich umschaue. Ein bisschen mehr halt diese ganze Komplexität mir anschaue. Ob es nicht vielleicht irgendwo auch dieses Kleidungsstück, was ich bei Fashion Shop X sehe, genauso bei Fashion Shop Y gibt. Und wenn es da vielleicht 5 Euro teurer ist, dann ist das halt so. Aber dass ich da vielleicht für mich persönlich ein bisschen mehr drauf achte. Was ich mit diesem Video auf gar keinen Fall möchte, dass ich in den Kommentaren irgendwelche Trolle finde. Oder irgendwelche negativen, bösen Kommentare. Dass irgendwelche Leute persönlich angegriffen werden. Weder meine Community noch ich sollten persönlich angegriffen werden. Denn dafür ist mein Kanal nicht da. Das heißt, sollte ich solche Kommentare sehen, sollten sie mich verletzen. Oder sollte ich merken, dass sie für andere verletzend wirken könnten, werde ich sie löschen. Weil das ist die Konsequenz daraus. Habe ich für mich so gedacht. Weil das hier im Video doch sehr verletzend für mich persönlich war. Genau. Ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches der Fashion Teile, die ich euch hier gezeigt habe. Wie gesagt, die ihr am coolsten fandet. Wie ihr sie so einzeln bewertet. Das würde mich halt echt interessieren. Und halt auch eure Lieblings-Fair-Fashion-Brands. Boah. Ich war... Ne? Schwierig. Genau. Ja. Schreibt es gerne in die Kommentare. Dann kann ich da auch mal vorbeischauen. Ich lasse mich da gerne inspirieren. Und das war es dann auch. Also ich habe jetzt so ungefähr anderthalb Stunden gedreht. Ich bin gespannt, was ich da jetzt im Schnitt draus machen werde. Und ja. Das war es. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Fashion Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.